Die 5 besten Grappler aller Zeiten, die das Grappling am besten beherrschen, die beste Kombination haben aus körperlichen Aspekten, technischen Aspekten und strategischen Aspekten des Grapplings. Ich werde dies in chronologischer Reihenfolge aufzählen, um nicht den einen oder anderen übermässig hervorzuheben. Der erste in der Liste ist also Mifune Kyuso, Mifune genannt The God of Judo. Er war ein Schüler von Kano Jigoro und hatte bereits schon im Alter von 30 Jahren einen hohen Tarngrad inne und war einer der ersten, die den 10. Tarn im Judo erreicht haben und hat quasi die Führung des Kodokan übernommen nach Kanos Tod, soweit ich weiss. Er wurde vor allem deshalb berühmt, weil er auch extrem klein war, nur 1,50 und mega leicht knapp 50 Kilogramm und dennoch Sumoringer besiegt hat von über 100 Kilogramm und mehrfach das Old Japan Judo Tournament gewonnen hat. Ein Turnier, wo es keine Gewichtsklassen gibt und es gibt Videos von ihm. Googelt auf YouTube Mifune Judo und dann geht euch die Kinnlade runter, wie der sich bewegen kann, noch als alter Mann. Nachher Hickson Gracie. Hickson war ein Sohn Schüler, ist heute noch Sohn, war Schüler von Helio Gracie, der das BJJ begründet hat. Ist berühmt durch seine präzise Technik, sein Invisible Jiu-Jitsu, wo es auch um die innere Arbeit im Jiu-Jitsu geht. Eben das, was man nicht von außen erkennen kann. Er hat über 400 Kämpfe gewonnen, hat ein paar wenige verloren, auch weil er Regelwerk nicht gekannt hat. Hat eben auch gekämpft im Jiu-Jitsu, im Sambo, im Profi-MMA. Absolute Legende. Mega cool, mega super Jiu-Jitsu, den müsst ihr euch anschauen. Marcelo Garcia, der ist mehrfacher BJJ-Weltmeister ADCC Champion und hat mit 80 Kilogramm Körpergewicht die offene Gewichtsklasse gewonnen, gegen andere Blackbelts und Weltklasse-Athleten, die 20, 30 Kilogramm schwerer sind als er. Müsst ihr euch das vorstellen, wie unglaublich. Legendäre High-Elbow-Guillotine, unglaubliches Biest, auch von den Videos anschauen. Husha Gracie, einer der Nachfolger von Helio und Hickson, auch der Gracie-Familie, der beste Jiu-Jitsu-Wettkämpfer aller Zeiten, der grösste aller Zeiten, zehnfacher BJJ-Weltmeister und das krasseste ist alles mit Basic-Technik. Das liebe ich am meisten. Es ist also nicht unglaubliche Athletik oder etwas, es ist einfach die unglaubliche Präzision der Techniken. Alles, was er macht, hast du bis Blaugurt schon gelernt und musst es einfach nur noch besser machen. Deshalb ist er einer der grössten jemals. Und natürlich der wahrscheinlich technisch beste und kampfstärkste Grappler in der Geschichte der Menschheit, Gordon Ryan persönlich. King Ryan, es gibt keinen besseren, wie er andere Top-Level-Heavyweight-Weltklasse-Grappler aussehen lässt, wie Schuljungen, die gar nichts machen können. Er lässt andere Weltklasse-Blackbelts aussehen, wie Whitebelts. So etwas hat es noch nie gegeben, so einen oberkrassen Grappler.